Ein paar junge Raptoren sind relativ einfach einzufangen und bringen viel Geld. Wir haben schon drei Bestellungen. Wer bestellt sich denn bitte einen Dino? Wenn man zu viel Geld hat, muss es halt immer etwas Besonderes sein. Ein besonderes Haus, ein besonderes Auto, eine besondere Yacht oder eben ein besonderes Haustier. So sind sie so begreifen halt. Na ja, uns soll es egal sein, solange der Preis stimmt. So, alles entladen und Lager aufbauen. Wir gehen jetzt auf die Yacht. Wir haben einen sicheren Tipp bekommen, dass die Wilderer wieder einen Auftrag zu erledigen haben. Ja, aber so einfach machen wir es ihnen diesmal nicht. Ja, aber denkt daran, das Wichtigste ist eigene Sicherheit. Die Dinos unterscheiden nicht zwischen gut und böse, wenn sie Hunger haben. Stell die Betäubungsdosis nicht zu hoch ein. Die Raptoren sollen keinen Schaden nehmen. Wie geht es denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sollen wir eingreifen? Nein, lieber nicht. Wir holen ihn aus dem Käfig raus. Ich habe auf jeden Fall alles aufgenommen, sodass wir genügend Beweise haben gegen sie. Schnell rein mit ihm, solange er schläft. Ich habe die Fotos gemacht. So, und jetzt bringe ich den Sicherheit. Ich mache jetzt den Käfig auf. Du kommst jetzt mal schön runter. Das werdet ihr teuer bezahlen. Du solltest mal gucken, wer hinter dir kommt. Ha! Denkst du, ich fall auf den ältesten Trick der Welt rein? Schnell! Spring auf! Vollgas! Runter von der verfluchten Insel! Auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020